Das ist das Fundbüro der Liebe. Das ist ein Waffeleis. Ich habe heute ein Trabi mitgebracht. Das ist ein C-Fäuerwehrschlauch. Das ist mein Talisman. Und das hat mir eigentlich meine große Liebe gebracht. Hier sammeln wir eure Geschichten. Wir haben uns dienstags kennengelernt. Den ganzen Mittwoch habe ich nichts von Tino gehört. Und ich habe mich sofort in diese Stimme verliebt. Also ich habe kein Bild gehabt, sondern nur diese Stimme. Geschichten über Herzschmerz. Es war das Ende meiner großen Liebe. Dann hat uns ein sehr extremer Schicksalsschlag getroffen. Da war ein Baby da. Und nach einem Vierteljahr war es weg. Das war ein Riesenschock, weil wir überhaupt nicht damit gerechnet hatten. Herzklopfen. Der erste Kuss war irgendwie, als wäre es mein Erster im ganzen Leben. Und auch die ganz großen Love-Stories. Denn ohne sie würde ich, glaube ich, hier heute gar nicht so sitzen können. Also kommt rein, nehmt Platz, los geht's. Da bin ich hier.